Schauen wir uns das Leben von Jesus an, seine Art und sein Wesen, wie er mit Menschen umging, müssen wir uns fragen, was machte seine Gegenwart so anziehend? Natürlich, er war der Sohn Gottes. Er kam aus der himmlischen Herrlichkeit zu uns. Er verkörperte die Liebe Gottes, die das Verlorene sucht und retten will. Aber der junge Johannes, der eng bei Jesus war und sein Leben betrachtete und bekannte, wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt uns in seinem Evangelium, er war voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 14 Gnade und Wahrheit gehören zusammen. Wir alle wissen, Gnade ohne Wahrheit macht weich und oberflächlich und Wahrheit ohne Gnade macht kalt und abstoßend. Viele Gemeinden betonen ihre Rechtgläubigkeit und Traditionstreue, sprechen davon, in der Wahrheit zu stehen, aber sie sind unterkühlt, kalt. Eine warme, herzliche Anziehungskraft fehlt. Andere wiederum betonen die Gnade und fürchten, sich deutlich von Sünde und Gericht zu sprechen, doch sie verlieren dabei das Evangelium, denn Jesus ist der Retter. Er kam, um die Menschen aus Sünde und Gericht zu retten. Gnade und Wahrheit müssen immer zusammenfließen. In Jesus sehen wir beides deutlich verkörpert. Schauen wir uns einige Begebenheiten aus dem Leben von Jesus an. Ich denke da zuerst an die Frau, die im Ehebruch ertappt worden war. Jesus sagte ihr, ich verurteile dich nicht. Worte voller Gnade. Aber die Wahrheit sagte zu ihr, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Oder die Geschichte des Zachäus. Die Gnade sprach zu ihm, komm herab, Zachäus, heute will ich in dein Haus einkehren. Die Wahrheit berührte den Zöllner und veränderte ihn so sehr, dass er am Ende des Tages sagte, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Die Gnade beugte sich und wusch den Jüngern ihre Füße. Die Gnade des Herrn lud Petrus ein, aus dem Boot zu steigen und zu ihm zu kommen. Es ist auch die Gnade, die dem Petrus aus dem Sinken herausriss. Aber die Wahrheit tadelte seinen schwachen Glauben. Oder wir denken an die Samaritanerin am Jakobsbrunnen. Hier sehen wir Jesus in Wahrheit und Gnade handeln. Die Gnade bot ihr lebendiges Wasser an. Aber die Wahrheit legte den Finger in ihre Wunde, dass sie fünf Ehemänner hatte und jetzt mit einem Freund zusammenlebt, mit dem sie nicht verheiratet ist. Jesus war gnädig genug, um Nikodemus nachts zu empfangen und mit ihm zu sprechen. Die Botschaft, die Jesus ihm dann ans Herz legte, ist voller Wahrheit. Wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Gnade und Wahrheit Heute neigen wir leicht dazu, viel über Gnade zu sprechen, auf Kosten der Wahrheit. Sünde, Übertretung des Wortes Gottes, ein Leben in Kompromissen, ohne klare heilige Entschiedenheit, werden verschwiegen und nicht mehr angesprochen. Aber bete du zu Gott, dass du die taktvolle Art der Gnade bekommst, um die Wahrheit in Liebe auszusprechen. Jesus sprach immer mit Gnade und Wahrheit, wollte er doch die Menschen in die gesunde Beziehung mit dem Vater führen. Menschen brauchen Heilung und Gesundung, aber sie müssen auch klar die Krankheitsdiagnose und die rettende Medizin kennen, die sie vor der ewigen Verdammnis bewahrt, das Blut Jesu. Golgatha ist der Ort, wo wir mit der brutalen Wahrheit unseres Verlorenseins konfrontiert werden, aber auch hineinschauen dürfen in das Meer seiner Gnade. Ja, von Gnade und Recht, von Gnade und Wahrheit wollen wir reden, denn dies ist das Evangelium Gottes. Amen. 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 Amen.